Sag ich, das hat nicht aufgenommen. Naja, willkommen zurück zu Let's Test Topico 5. Ja, leider haben wir nicht mitbekommen, dass es bei der Playstation eine Funktion gibt, wo man extra nochmal einstellen muss, um das Video zu starten. Wir haben deswegen in der Zwischenzeit aufgenommen, gebaut und haben gedacht, hey, es nimmt auf, aber es hat nicht aufgenommen. Bei mir ist immer noch mein Mitspieler, Mitpartner Uschi. War schon ein Fail, oder? Das ist richtig Fail. Aber, naja, kann man nicht mehr. Wie sagt man immer, nur aus Fehlern lernt man. Richtig. Das bringt der. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn, wo ich gleich mal 16 Booker kommen, den Tropico an Naja, das ist ruhig mit deinen Komischlöten, da Gesundheit Danke So, und die Umgebung ein wenig verschönern Alter, ich hab hier über 10.000 eng genommen Nice Äh, Big? Ja? Wie lange bist du noch in deinem Land? Zwei Jahre und zwei Monate Fünf Jahre und zwei Monate Ist doch gut Was ist denn, Export-Handels-Mutter? Da kannst du, glaub ich, selbst entscheiden, wo du hinhandeln willst Äh, ich glaub nach Frankreich oder sowas Ja, aber wo ist es? Keines machen Aha Noch kein Plan Ach, Quatsch, Kippo, shit Ach, Quatsch, Kippo, shit Struktur Bei 42, das heißt bei 57 Ne, bei 32, das heißt bei 47 Was? Bei 47 ist, äh, müssen wir bedenken Hört die Folge auf Achso Hast du schon die Unabhängigkeit erklärt? Nö, soweit bin ich noch nicht Ich hab gar keinen Bock, die Unabhängigkeit zu erklären Ja Da mach ich noch ein bisschen plus bei der, bei der netten First Lady Uiuiui Ich bin schon fast 12.000 Minus Echt? Ja Ja Oh, da kommt grad Geld rein Drei Monate, dann kann ich das fortbauen Ja, ich hab grad minus gesagt, weil ich jetzt meine Plantagen erweitert habe Okay Also verbessert hab Ja, man kann ja dazu sagen, man kann seine Gebäude verbessern Was ich jetzt auch machen sollte Ein paar Gebäude verbessern 10.844 Euch verdient Ja Baue eine katholische Erstes Ding katholisches Irgendwas So, bauen wir hier mal Fort Knox hin Katholische Mission Katholische Mission Früchte exportieren Ja So, als nächstes kommt das Seegewerk 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 Jetzt gibt's wieder Wasche Jetzt gibt's wieder Wasche Jetzt gibt's wieder Wasche Bis dahin Da ist Gold Ja Läuft soweit Ja Die zweite Folge ist fast vorbei Wir haben noch sechs Minuten Okay Hast du mal gesehen, was ich gebaut habe? Nein, ich schau mal grad drüber Guck mal, wo wir haben in der Nähe Ja, du hast auch einen Leuchtturm hingesetzt Ja Ganz gut Zwei, drei Plantagen Vier Vier Jede Menge Häuser Ja Ja So, da kommt der Geld rein Ich hab 137 Leute 58 Prozent Zustimmung Und vier Jahre und sechs Monate ein Mandatum Okay Solange werden keine Wahlen abgesetzt Bis ich vielleicht irgendwann rausgekriegen werde Aber ich war gar nicht für meine Stadt Die hat sich von anderen Dingen ziemlich verändert Da darf man alles zugeben Ich bin eher der grüne Mensch Ja Hä? Wie sagst du? Zwei Was? Zwei 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 Häfen Zwei Häfen Doppelt so viel exportieren Zwei Häfen 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 Ah, mein Ford ist irgendwie schwer. Wir fahren fort. So, bis hier hin, Leute. Lauft, um das das Zeug hält, lauft. So, jetzt war ich auf Cola. So. 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 uran